Ja, und damit nahtlos zu dem Schock der letzten Tage. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben. Die Deutschen sterben früher als alle anderen in Europa. Gut werden jetzt viele sagen, bei der Regierung ist es auch eher eine Erlösung. Aber ich bin bei der Meldung direkt um zehn Jahre gealtert. Und man glaubt es kaum, in Ländern in Europa mit S lebt es sich dafür besonders lange. Schweden, Schweiz, Spanien, Saarland. Nee, Saarland, da kommt es einem nur länger vor. Vielleicht hilft es ja, wenn wir uns künftig doch einfach nur Schland nennen. Aber natürlich muss man in die Tiefe gehen. Denn warum sterben die Deutschen wirklich so früher? Hier Julian Reichelt, prophetischer Journalistendarsteller, wusste es schon Ende 2022. Die bittere Wahrheit über die grüne Energiewende. Diesen Winter werden tausende Menschen in Deutschland wegen der hohen Heizkosten sterben. Und Sie erinnern sich, es war ja schlimm, 23 im Winter. Nur weil die Grünen die AKWs abgestellt haben, sind tausende gestorben. Allein bei uns in der Straße hat das Packeis fünf Nacktschnecken dahin geraft. Ich für mich habe beschlossen, am Leben zu bleiben. Einfach nur, damit Julian Reichelt nicht recht bekommt. Und einer.